Ne, Haustab auch glitten. Ähm, da, holt's mal hin. Hier, safe, Auto-Hacker, weg mich. Oh. Wir können fast nichts davon gebrauchen. Gut, wir könnten eine E-Spritze mitnehmen. Hier. Zack. Mehr aber auch nicht. Hammer. Wir sind einfach so voll. Wir sind so voll. So, hier ist das ganze Zeug da zum Subjekt. Das brauchen wir natürlich nicht, ne? Wir wollen ja hier nicht drunken werden. Oh. Eine Gendatenbank. Und. Ein Elektrohaut 2. Scheiße, jetzt hab ich nicht gelesen, was das macht. Okay, pack mal mal die Gendatenbank. Scheiß drauf. Da ist das Gegenmittel. Yeah. Nice. Ich sag mal hier grad noch alles auf und dann schnappen wir uns das. Jawohl, das Präparat wirkt. Die Auswirkungen der mentalen Manipulation sind verschwunden. Es gibt aber sicher Nebenwirkungen. Such den nächsten Plasmidautomaten. Dann können wir die Schäden analysieren. Alles klar. Versuch 192 hatte einige Nebenwirkungen. Deine Plasmide sind instabil geworden. Du kannst derzeit nicht darüber bestimmen, welches Plasmid ausgerüstet ist. Okay. Der ist natürlich ein bisschen ungeil. Die Charge Nummer 192 hat eine gesamte Plasmidstruktur neu geordnet. Ich hätte wissen sollen, dass du eine größere Dosis brauchst. Du musst dir noch eine weitere Dosis verabreichen, um die Auswirkungen vollständig zu neutralisieren. Du Junge, ich merke das nicht, wenn du hier reinläufst. Such jetzt zu Chancelaboy in den Atemi-Suites. Dort findest du ohne Zweifel mehr von der Charge Nummer 192. Okay, wir sorgen eine zweite Dosis 192er Versuch. Okay. Sofort. Wir gucken uns hier gerade noch ein bisschen um. Gleich, gleich, gleich. Ich finde die Aussicht auch hier so schön, ne? Boah, krass. Stell dir mal vor, es gibt wirklich irgendwo sowas. Es gibt wirklich irgendwo so einen Rapture, Alter. Geil wäre das bitte. Das wäre total krass, auf jeden Fall. Das ist irgendwo auf der Welt wirklich so ein Rapture, Alter. Boah. Hä? Ach, das ist wie so eine Geistgestalt quasi, die die wahrscheinlich ablenkt, ne? Okay. Cool. Speichern. Und dann geht's weiter. Okay. Okay. Da unten haben wir das Butchchen hier noch getötet. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ach so, scheiße. Okay. Sehr nice. Oh, mein Gott. Du bist kacktig. War hier nicht noch einer gerade irgendwo? Niemand. Säule. Tat doch gar nicht weh, oder? Ging. Denk ich mir. Bestimmt Dinge, die mehr weh tun. Auf geht's. Oh, oh. Kein Kontakt. Ich glaube, wir nehmen mal die Shotgun. Oder hier, die da. Das könnte mir total schwer. Wo geht's hier ab? Da kommen wir auch schon ab. Tschüss. Ach, hier. Okay. Ciao. Tschüsschen mit Küsschen. Ich bin da mal weg, ne? Ich bin da mal weg, ne? Hi. Dabei will ich doch gar nicht Karlsruhe. Okay. Ich muss mal die Froti schrubbern auspacken. Zack. Hey. Hör mal noch. Ich muss gar nicht, dass wir so schnell schießen können mit unserer Schroti. Aber wir haben ja Dings geholt, ne? Das Upgrade, glaube ich, war das. Seitdem können wir so schnell mit dem Ding schießen. Voll geil. Feier ich ein bisschen. Okay, dann mal auf zum Apollo Square. Auf geht's. Ei, ei, ei. Das ist auch nicht für die Boten, ne? Hier mit die Sachen, da. Da mit die Dinger. Weißt du? Ah, mein Gott. Ah, guck mal, die Bienen da. Es wirkt doch alles so ein bisschen gräulich, ne? Hab ich das Gefühl. So ein bisschen runtergekommen, so ein bisschen abgefuckt. Na ja, gut. Später kann man leider nicht mitnehmen. Ein kaputter Verkaufsautomat. Willkommen im Zirkus der Wehren. Äh. Oh, nehmen wir mal einen mit. Aber wobei, wir können ruhig noch einen mitnehmen. Willkommen! Da haben wir... ein Bann. Ich war so wütend, als ich hier angekommen bin, aber... Mein Gott! Ich hatte ja keine Ahnung. Wir sind überall Bewaffnete. Ich habe eine Frau gesehen, die fliehen wollte und über den Zaun geklettert ist. Einer von Moines Wachleuten hat nur auf sie gezeigt und sie ist in Flammen aufgegangen. Einfach so. Was geht hier vor sich? Tja. Mädchen, es gibt Dinge. Die muss man nicht verstehen. Es gibt Dinge. Die werden wir auch nie verstehen. Ich mache das übrigens immer nur zur Sicherheit. Wir haben ja zwei Mädels, also zwei Big Daddies. Wie gesagt, ich mache das immer zur Sicherheit. Jetzt schieße ich auf diese Leichen, weil die sich auch manchmal totstellen. Oder meistens, weil die öfters stellen die sich tot. Und deshalb... Hey, Mr. Bubbles! Hey, Mr. Bubbles! Nicht der... Was leckeres, Jungs! Paz! Wir sind uns gerade beschäftigt. Sehr gut. Ha, ha, ha. Boah, die Brandbolzen sind gegen den echt... Volkwert, ne? Au. Aber wenn er uns halt mal trifft mit seiner Niedpistole... Das brettet auch gut rein. Habe ihn! Okay. Hier hing auch noch ein Freund, ne? Naja, warte, ich komme gleich zu dir, Mädchen. Du musst hier noch so alles haben. So. Hallo! Doch! Nein! Doch! Doch, komm zu mir! Bitte! Danke, dass du mir geholfen hast! Bitte! Ist doch kein Problem! Ich war ja gerade auf dem Weg und habe gedacht, ich konnte euch ja gerade mitnehmen, ne? Und den alten Schwuppenvater, den habe ich ja gerade mitgenommen. Mach! Ah, komm Fontaine, hör da auf! Mit deinem scheiß Kontrollspielchen, du Arsch! Deine Mutter! Ich will dich von dir begrüßen. Was? Ach, das war das Big Daddy Mädchen, was gerade... Also die Little Sister, die da gerade schlafen gegangen ist. alles gleich muss sagen wir stehen sie wieder von der tür oder oder vorne oder so hat gesehen das ist so ein riesiger raum hier gerade ich hasse das wir können mal so ein bisschen auf die schrotmonik auf wenn ihr folgt ja ja das passt ich habe überall diese hingesprühte parole gesehen atlas lebt keine ahnung was das zu bedeuten hat aber irgendetwas sagt mir dass es den leuten wichtig ist wir wissen ja mittlerweile wer atlas ist welches falsche spiel dahinter steckt wir wissen es ja mittlerweile leider ich hätte gern darauf verzichtet bin ich ganz ehrlich der vater hier hat kein mädchen dabei da ist nichts dran da oben kommen wir glaube ich nicht hin ok mal gucken was haben wir hier noch schönes das dinge räumen wir aus können die mitnehmen weil wir zu voll sind schon ok ok hier gehen wir noch nicht lange da gehen wir gleich vorbei warten wir dann müssen eigentlich lang gehen weil der pfeil zeigt nämlich nicht hier hin meistens eine gute sache fontein center ok da kommen wir später noch hin alles klar gut das ist wahrscheinlich der rückweg dann später das halb gehen wir doch erstmal hier lang ok holt er vielleicht sein mädchen raus das ist voll das geile foto ja da holt sein mädchen raus guck mal ich hab mich das anhört der der holt sein mädchen raus 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 danke mr bubbles das ist wirklich nett von dir ich bin gerade ich bin gerade unser notre notre oh aua aua las mich aua Klauze! Auf! Klauze! Nein! Meine Hölle! Weil er tot ist, Mann! Das bleibt dir zum Glück erspart, Mädchen. Dank mir. Glorios! Glorios! Was kann ich schon für die Kleinen tun? Ich bin beschmutzt durch meine Sünden. Aber du... Vielleicht kannst du ihnen eine Zukunft eröffnen, die ich gar nicht ermessen kann. Eine Kleine ist mit einem Geschenk auf dem Weg passiert. Sei bitte voll weg. Oh, Tenenbaum! Oh, Tenenbaum! Geht? Ja, sowohl ne Kamera, hört ihr das? Hört ihr die Regen übermorgenst? Äh, äh, äh. Ah, ah! Hätt mich Feuer. Ich will erst wissen, wo die scheiß Kamera ist. Ach da! Äh, kann ich da nicht Tür schießen? Hallo! Aber ich hab mich immer verdreinig gelichelt. Habe ich mich jetzt da ernsthaft geheilt gerade? Wollte ich gar nicht. Toll. Okay. Weiter. Weiter, immer weiter. Was denn? Shit. Shit. Ey, was kannst du nicht tun? Alter! Gib mir die Sache! Jaaah! Ich muss mir echt mal angewöhnen, dass ich die Waffe wechsle, wenn ich merke, dass ich nicht weiterkomme mit der. Ich will die Shotgun mal bereithalten. Bist du tot? Jo. Die hat ja gerade so komisch da gesessen. Ich hab der alten jetzt irgendwie nicht getraut gerade. Entschuldigung. Scheinig auch. Ich schenke dir vor, Runkel! Die hat ja gerade so komisch da gesessen. Jaaah! War ja irgendwie klar. War ja irgendwie klar. Aber ich sag nicht erwartet, dass wir hier nicht alleine sind. Das ist hier auch nicht der Waffe, dass wir nicht alleine sind. Ach egal. Okay, so wäre hier irgendjemand? Jaaah! 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 Das ist über uns irgendwo. Okay, okay, okay. Na, gehen wir mal hoch. Easy going. Echt? Wo? Ich hab gerade eine erschossen, aber ich weiß nicht. War hier noch irgendwo einer? Ah, über uns. Irgendwas stimmt mit den Shadern nicht so ganz. Weil, äh... Ich meine, wir haben die gerade über uns laufen sollen. Oh. Oh. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Hallo! Schnauze! Ciao! Oh, oh! Boah! Zum Glück sind die Dinger immer ein bisschen lahm, ne? Bin ich immer ganz froh drum. Hier ist nichts? Nein. Okay, hier geht das nicht. Suchong. Okay, schon wieder. Waaaah! Alter! Klinischer Versuch Protector System Plus Meet. Charge Nummer 255 Doktor Suchong. Kunde Ryan Industries. Ein sehr frustrierender Tag. Ich kriege die verdammten Big Daddies einfach nicht auf diese kleinen Gören geprägt. Die Beschützerhaltung baut sich einfach nicht auf. Papa Suchong! Hau ab! Vielleicht wenn ich dieses genetische... Papa Suchong! Weg da! Papa Suchong! Papa Suchong! Papa Suchong! Ab, du dränkiges kleines Miststück! Ab, du dränkiges kleines Miststück! Zurück! Zurück! Oh! Ist das Papa Suchong? Ich glaube, das ist Papa Suchong. Würde ich jetzt mal behaupten. Na egal. Komm, wir nehmen mal unseren Dings zu unseren... Ich glaube... Du bist jetzt frei. Zur Chance Drogen sollten keinen Einfluss mehr auf dich haben. Nimm die Tauchkugel zum Point Prometheus. Es wird Zeit, dass diese Angelegenheit ein Ende findet. Das sehe ich genauso. Gehe zum Point Prometheus. Oh, ja. Zurück! Tschüssig! Und klatschen! Das höchst wir quieren, wo wir sind. Wung, gestorben einfach noch tueine. Vermitt siis! Du first mit dir, wir sind wieder! Undilesst die Bedeutung stehen! www.mszuschangb cave Immerskopfizieren bezig. Und ffahovast uns du Kreakdet구�iker. Du ent activating Spain die auch auf dich zu sein. Kein Panel nach твор Cleanse Lot! Alles horsesieg! I've never opened myself this way Life is ours, we live it our way All these words I don't just say And nothing else matters Trust I seek you and I find in you Every day for us something new Open mind for a different view And nothing else matters Never cared for what they do Never cared for what they know What I know What I know How can I control myself How can I control myself How am I doing What I know How can I control itself